...wegen der Fischer und seine Söhne die Fische in die Kühltruhe am Strand. An diesem Morgen ist der Fang bescheiden, so dass es sich für Osmanen Traoree nicht lohnt, die Fische selbst auf den Markt zu bringen. Die Erbuktu nähert sich Bamagungo. Die Fischer der Insel warten schon sehnsuchtsvoll auf die Pinasse mit dem frischen Eis. Die Besatzung macht sich daran, die Kühltruhe zu tauschen. Wenn man dem Namen der Insel Glauben schenken darf, dann legen die Menschen hier auf dem Bauch des Flusspferdes, der nichts anderes heißt Bamagungo.